Heute ist Weihnachten im Düsseldorf. Hallo Weihnachtsmann, hier ist Scully. Bist du gar nicht da? Was ist denn mit dir los? Wieso liegst du im Bett? Du musst doch die Geschenke verpacken. Ja, ich kann gar nicht aufstehen. Ich weiß nicht, ob ich Fieber habe. Mir ist auch ganz heiß und ich habe Gliederschmerzen und ich weiß auch nicht. Da hilft nur eins. Wir müssen den Dr. Weiß rufen. Das ist der einzige Arzt, der weiß, wo der Weihnachtsmann wohnt. Rudolf, du musst uns helfen und zwar ganz schnell. Ich habe hier einen Brief geschrieben für Dr. Weiß. Der muss herkommen. Dem Weihnachtsmann geht es gar nicht. Anna, was machst du eigentlich da? Ich schreibe den Wunschzettel für den Weihnachtsmann. Kannst du meinen Wunsch mit draufschreiben? Schreib bitte für meine kleine Schwester Greta. Ich wünsche mir ein Klettergerüst. Okay, Greta, habe ich gemacht. Jetzt muss ich nur noch meine Wünsche zu Ende schreiben. Ich habe den Wunschzettel fertig geschrieben und auch schon gleich Gretas Sachen mit unten hingeschrieben. Und das ist ja super. Und ich habe die Adresse auch schon aufgeschrieben, die du mir gegeben hast. Das ist ja wunderbar. Dann kann ich ja den Brief morgen gleich nach der Arbeit in den Briefkasten schmeißen. Und dann kommt er noch rechtzeitig beim Weihnachtsmann an. Uhu, Rudolf, nicht so schnell. Gally, ich habe von dir die Nachricht erhalten. Der Weihnachtsmann ist krank. Hier bin ich. Hallo, Herr Doktor. Das ist ja schön, dass es so schnell geklappt hat. Sie müssen ganz schnell ins Haus kommen. Dem Weihnachtsmann geht es gar nicht gut. Dann gucke ich mir mal den einzigen Patienten am Nordpol an. Boah, ist das kalt hier heute. Hallo, Weihnachtsmann. Hallo. Na, ich habe gehört, dir geht es nicht so gut. Nein, ich fühle mich überhaupt nicht gut. Dann will ich mal deine Stirn anfassen. Du siehst aus, als ob du Fieber hättest. Oh, du glühst ja richtig. Das ist ja richtig heiß. Und dein Hals ist auch ganz rot. Das sieht nach einer Grippe aus. Herr Doktor, wie kann ich denn dem Weihnachtsmann helfen, damit er schnell wieder gesund wird? Am besten hilft da viel schlafen, heißer Tee. Und dann gebe ich dir hier nochmal den Hustensaft. Den muss er dann auch zweimal am Tag nehmen. Okay, das mache ich. Danke, Herr Doktor. Ja, Weihnachtsmann, dann wünsche ich dir gute Besserung und dann mache ich mich mal wieder auf den Weg. Und dann mache ich dir erstmal einen Tee. Das ist ein Zaubertee. Der ist von der Waldelfe. Der hilft dir bestimmt schnell. Vorsicht, der ist noch ganz heiß. Ja. Mh, der schmeckt aber lecker. Vielleicht hilft er ja wirklich. Ich muss morgen auch wieder fit sein. Ich muss die Geschenke unbedingt noch alle verpacken. Die müssen unbedingt bis Weihnachten alle fertig sein. Also erstmal musst du gesund werden, Weihnachtsmann. Mach dir mal um die Geschenke keine Sorgen. Ich habe da schon so eine Idee. Verlass dich auf mich. Zwerge, Zwerge, Engel, Waldelten. Kommt alle schnell her. Ja, ich brauche eure Hilfe. Hallo, Scully. Was ist denn los? Du hast uns gerufen. Da sind wir. Hallo, Scully. Was ist passiert? Ich brauche eure Hilfe. Was ist denn los? Der Weihnachtsmann ist krank und wir müssen dringend die Geschenke verpacken, sonst wird das nicht fertig bis Weihnachten. Die Kinder, die warten doch alle auf ihre Geschenke. Natürlich helfen wir dir. Na klar, wir sind auch dabei. Der Briefkasten, der ist ja auch ganz voll. Seht her. Ich traue mich gar nicht, den aufzumachen. Los, Scully, mach jetzt einfach. Oh, die ganzen Wunsch-Titel, die müssen wir auch noch alle abarbeiten. Da wartet ganz schön viel Arbeit auf uns. Oh, die ganze Wunsch-Titel, die müssen wir auch noch alle abarbeiten. Ich glaube, wir sind fertig. Danke, dass ihr so toll geholfen habt. Was hätte ich nur ohne euch gemacht? Das ist doch selbstverständlich. Wir können doch die Kinder nicht im Stich lassen. Danke, dass ihr alle geholfen habt. Es geht mir auch schon viel besser. Dann ist das Weihnachtsfest ja gerettet. Wenn uns euer Video gefallen hat, dann abonniert uns. Dann verpasst hier kein Video. Greta. Dann sind die Kinder. Untertitelung des ZDF, 2020